Auch andere Pflanzen blühen im Frühling, wie die schillernde Schwertlilie oder die verschiedenen Gräser, aber die Sumpfdotterblumen vermehren sich so üppig, dass nichts an diesen eindrucksvollen goldgelben Blütenteppich heranreicht. Jedes Jahr im Frühling zog mein Vater seine Warthose an und ging hinaus ins Moor, um eine auszugraben. Er setzte sie in eine alte, verzinkte Wanne, die halb mit Wasser gefüllt war, und dort leuchtete sie dann, als ob er uns die Sonne nach Hause gebracht hätte. Ich habe mir immer gewünscht, mein Name wäre Marygold, wie bei uns die Sumpfdotterblumen heißen. Aber jetzt muss ich mit Helena leben, betont auf der zweiten Silbe, wie ich immer wieder erklären muss. Wie so vieles war auch das die Entscheidung meines Vaters. Ein Blick in den Spätnachmittagshimmel sagt mir, dass es Zeit ist, aufzubrechen. Ich sehe auf meine Armbanduhr und stelle zu meinem Entsetzen fest, dass meine innere Uhr nicht mit der tatsächlich verstrichenen Zeit Schritt gehalten hat. Ich hebe Mary hoch, schnappe mir unsere Sandalen und renne zum Pick-up zurück. Mary schreit, als ich sie festschnalle. Ich kann sie gut verstehen. Ich wäre auch gerne noch länger geblieben. Rasch laufe ich um den Wagen herum, schwinge mich hinters Steuer und drehe den Zündschlüssel um. Die Uhr am Armaturenbrett steht auf 16.37 Uhr. Ich könnte es noch schaffen. Gerade so. Ich manövriere den Wagen aus dem Parkplatz heraus und fahre so schnell, wie ich es eben wage, auf der M77 in Richtung Süden. In dieser Gegend sind nicht viele Polizeiautos unterwegs, aber für die Beamten, die auf dieser Strecke Streife fahren, gibt es nicht viel zu tun, außer Strafzettel an Temposünder zu verteilen. Mary steigert sich während der Fahrt in einen ausgewachsenen Wutanfall hinein. Sie strampelt mit den Füßen, dass der Sand nur so durch die Gegend fliegt, der Trinkbecher knallt gegen die Windschutzscheibe, der Rotz rinnt ihr aus der Nase. Miss Marigold Peltier ist ganz eindeutig not amused. Und ich bin es in diesem Moment auch nicht. Ich schalte das Radio ein und wähle den öffentlichen Sender der Northern Michigan University in Marquette, in der Hoffnung, dass die Musik sie ablenkt oder wenigstens übertönt. Ich bin kein Fan von Klassik, aber dieser Sender ist der einzige, den ich klar reinbekomme. Doch statt der Musik höre ich eine Warnmeldung. Häftling entflohen, Kindesentführer, Marquette. Sei mal still, rufe ich und drehe den Ton lauter. Sini, Wildreservat. Bewaffnet und gefährlich, nicht nähern. Das ist alles, was ich im ersten Moment mitbekomme. Ich muss das hören. Das Reservat ist keine 30 Meilen von unserem Haus entfernt. Mary, hör auf! Mary blinzelt und verstummt. Der Sprecher wiederholt. Noch einmal der Hinweis. Die Polizei des Staates Michigan meldet, dass ein Gefangener, der eine lebenslange Haftstrafe wegen Kindesentführung, Vergewaltigung und Mordes verbüßt, aus dem Hochsicherheitsgefängnis in Marquette entkommen ist. Es wird vermutet, dass der Mann während einer Verlegungsfahrt zwei Aufseher getötet und sich in das Sini-Wildreservat südlich der M28 geflüchtet hat. Gehen Sie bitte davon aus, dass er bewaffnet und gefährlich ist. Es wird dringend davor gewarnt, sich dem Flüchtigen zu nähern. Ich wiederhole, kommen Sie dem Flüchtigen keinesfalls zu nahe. Wenn Sie irgendetwas Verdächtiges bemerken, rufen Sie bitte sofort die Polizei an. Der entflohene Jacob Holbrook war in einem aufsehenerregenden Prozess, der landesweit Schlagzeilen machte, für schuldig befunden worden, ein junges Mädchen entführt und 14 Jahre lang gefangen gehalten zu haben. Mir bleibt das Herz stehen. Ich kann nichts mehr sehen, bekomme keine Luft, höre nur noch das Rauschen des Bluts in meinen Ohren. Ich nehme den Fuß vom Gas und lasse den Wagen vorsichtig auf dem Randstreifen ausrollen. Meine Hand zittert, als ich sie ausstrecke, um das Radio auszuschalten. Jacob Holbrook ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Der Moorkönig. Mein Vater. Und ich war es, die ihn damals hinter Gitter gebracht hat. Punkt 1. Wenig. Volk 3. factions Emen. Vielen Dank.